Cassie Hummels Kampfansage? Ich bin stärker, als ich es je war. Seit Monaten kursieren Trennungsgerüchte um Mats und Cassie Hummels. Nun scheint es endgültig aus zu sein. Äußern wollen sich die beiden nicht, doch Cassie lässt Bilder sprechen. Cassie, 33, und Mats Hummels, 32, sollen sich Anfang des Jahres nach 14 gemeinsamen Jahren getrennt haben. Der Nationalspieler soll sogar bereits eine neue Freundin in Dortmund haben. Doch weder Mats noch Cassie wollen sich derzeit zu den Trennungsgerüchten äußern. Cassie Hummels lässt es sich jedoch nicht nehmen, mit kryptischen Botschaften die Gerüchteküche noch weiter anzuheizen. Im Video oben zeigen wir euch Cassies ersten öffentlichen Auftritt nach den Trennungsschlagzeilen und rätseln dabei über ein Detail. Cassie Hummels wirkt verändert. Während Mats Hummels in Dortmund verweilt, überrascht Cassie derzeit fast täglich mit neuen Looks. Ob als Rewecat für ihre Schauspielrolle oder im Fliegeroutfit für ihren waghalsigen Sprung aus einem Helikopter. Die 33-Jährige scheint ihre Freiheit zu genießen und persönliche Grenzen auszutesten. Jetzt postete den Hummelsgarten erneut ein Foto, auf dem sie ganz verändert aussieht. Ihre lange Mähne, die sie sonst gerne glatt trägt, fällt ihr locker ins Gesicht. Die muskulösen Arme stand sie in die Hüften, sie lächelt in die Kamera. Mit Ich bin stärker als ich es je war betitelt sie dieses Bild. Ob es sich hier um eine Kampfansage an Mats vermeintlich neue Freundin Lisa Marie Straube, 21, handelt? Schließlich hatte die Tischtennisspielerin aus Dortmund zuletzt das Familienbild von Cassie, auf dem sie sich mit Söhnchen Ludwig, drei, und Mats zeigt, geliked. Emotionale Liebeserklärung von Cassie an Sohn Ludwig Trotz der Trennungsgerüchte um ihre Ehe will Cassie nun vor allem eins zeigen, Sohn Ludwig steht für sie und auch Mats immer an erster Stelle. Zu Ludwigs ersten Kindergartentag ließ es sich auch Mats nicht nehmen, seinen Sohn vom Kindergarten abzuholen. Ein stolzer Moment für den 32-Jährigen. Und genau diesen Moment hielt Cassie strahlend auf einem Foto fest. Wir sind sehr stolz auf dich Ludwig. Du bist jetzt ein wirklich großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch. Du bist das beste Kind der Welt. Cassie hat vor allem eine wichtige Botschaft. Die sie all den Trennungsgerüchten entgegenhält, für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere. Ich bin glücklich. Cassie Hummels ist eine Karrierefrei und arbeitet hart für ihren Erfolg. Zurzeit hat die 33-Jährige viel zu tun. Nicht nur, dass sie sich um Ludwig kümmert, der mit ihr in der Münchner Villa wohnt, während Mats Ende 2019 nach Dortmund gezogen ist. Vor kurzem hat sie auch ihre zweite Schauspielrolle als Kioskbesitzerin Jenny ergattert und organisiert nebenher noch ihr eigenes Charity-Event. Am Ende eines Tages ist Cassie zufrieden, wie sie jetzt auf Instagram verrät, ich bin glücklich, weil ich viel geschafft habe. Produktiv zu sein, tut einfach gut. Ludwig hatte für seinen ersten Kindergartentag einen ganz besonderen Wunsch. Um welchen Wunsch es sich dabei handelte und ob Cassie ihm diesen Wunsch erfüllen konnte, seht ihr im Video unten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017